Die Stemunternehmensgruppe ist ein führender Anbieter von umfassenden Verkehrssicherheitslösungen auf den GES-Märkten. Die Unternehmensgruppe umfasst Unternehmen, die im Straßen- und Tiefbau tätig sind. Wir stellen alle Arten von Straßenmarkierungsmaterialien her, Farben, Lacke, Thermoplaster und kalt aufgetragene Kunststoffe, Kaltplastiken. Das Qualitätsmanagement-System für Straßenmarkierungsmaterialien ist nach den Anforderungen der STB ISO 9001 zertifiziert. Die Qualitätskontrolle wird im eigenen akkreditierten Prüflabor durchgeführt. STIM stellt praktisch alle Arten von Straßenmarkierungsmaterialien her und verwendet dabei moderne Technologien und Komponenten der Welt bei besten Hersteller. Unser Konstruktionsbüro entwickelt neue Modelle von Straßenmarkierungsmaschinen je nach Zwick und Material, und die Transportabteilung sorgt für Logistik und Lieferung der Produkte in die ganze Welt. Eine der Hauptaktivitäten des Unternehmens ist die Einführung neuer Straßenmarkierungstechnologien und die Herstellung von Straßenmarkierungsmaschinen und Spezialmaschinen für den Straßenbau. Im Laufe ihres Bestehens hat sich die Unternehmensgruppe STIM zu einem Lieferanten von Straßenmarkierungsmaterialien und Maschinen nicht nur für Belarus und Russland, sondern auch für andere Länder, Bulgarien, Marokko, Polen, Spanien, Iran, Syrien, USA und so weiter, entwickelt. Die Produktionskapazität des Unternehmens ist in der Lage, den Jahresbedarf an Materialien für eine Millionenstadt innerhalb von zwei Tagen zu decken. Jährlich werden mehr als 150.000 Tonnen Straßenmarkierungsmaterial hergestellt. Mehr als 50 verschiedene Arten von Materialien für unterschiedliche Belege können heute bei dem Unternehmen erworben werden. Operativer Kontenservice, technische Unterstützung rund um die Uhr, langjährige Erfahrung und ein Team von Fachleuten helfen uns, Projekte jeglicher Komplexität zu bewältigen. Wir arbeiten in vier Klimazonen und passen die Materialien erfolgreich an alle Arten von Straßenbelegen an. Wie wir unsere Ziele erreichen, sorgfältige Berücksichtigung der Wetter- und Straßenbedingungen, ein mehrstufiges Kontrollsystem bereits in der Produktionsphase, Hightech-Materialien. Unser Ziel, sichere Straßen von hoher Qualität, ständige Entwicklung und Modernisierung sind die Grundlage der Produktion der STIM-Unternehmensgruppe. Seit dem Jahr 2000 durchläuft jedes Material das Kontrollsystem unseres eigenen akkreditierten Prüflabors. Laborfunktionen, Vollständigkeit und Korrektheit der Tests. Auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Objektivität der Ergebnisse kann man sich verlassen. Probenahme von Rohstoffen, Bauteilen und Farben für Tests. Sicherstellung der Vertraulichkeit und Sicherheit der bei den Tests gewonnenen Informationen. Teilnahme an Ringversuchen zur Überprüfung der Qualifikation des Prüflabors. Straßenmarkierungsmaterialien werden nach Sicherheitsstandards geprüft. Straßenmarkierungsgeräte sind zuverlässige, automatisch arbeitende und moderne Arbeitsinstrumente. Heute umfasst das Portfolio des Unternehmens mehr als 30 Modelle, von kleinen handgeführten Maschinen bis hin zu leistungsstarken Großmaschinen, Anwendungsbereiche, Stadtstraßen, Autobahnen, Bundesstraßen, enge Straßen, Parkplätze, Flughäfen. Alle Maschinen werden nach den höchsten Fertigungsstandards hergestellt und verfügen über ISO-Zertifikate, die von Stimme hergestellten Maschinen sind, innovative Entwicklungen und kontinuierliche Verbesserung der bestehenden Modelle, Zubehör von weltweit führenden Herstellern, Automatisierung aller Kennzeichnungsprozesse, Unterstützung von bis zu 10 Kennzeichnungssprachen und Typen für 10 nationale Normen, Online-System zur Überwachung von Straßenmarkierungen, Markierungsgeschwindigkeit von bis zu 25 km pro Stunde. Eigenentwicklungen und Algorithmen zur Wiederholung alter Markierungen, Materialverbrauch und Geschwindigkeit unter voller Kontrolle des Arbeiters, moderne Ausrüstung und Produktionstechnologien, einzigartige Lösungen für jeden Kunden. Stim Service Center für Straßenmarkierungsmaschinen ist ein erfahrenes Team, das stets den kompletten Zyklus und die Wartung von Straßenmarkierungsmaschinen nicht nur in Weißrussland und Russland, sondern auch in den GES-Ländern, der Europäischen Union und der Ukraine sicherstellt. Jedem Kunden des Stim Service Centers bieten wir verschiedene Programme und Sonderangebote für den Kauf von Straßenmarkierungsmaschinen und deren Komponenten, Servicearbeiten, Kauf von Ersatzteilen, Materialien und mehr. Stim Service Center ist eine hundertprozentige Garantie, individueller Zugang, Arbeiten von beliebiger Komplexität, spezielle Angebote und Arbeitsbedingungen, bequemer Servicezeitplan, flexible Zahlungsbedingungen, breite Palette von Ersatzteilen und Zubehör für Straßenmarkierungsmaschinen, Qualitätskontrolle und Garantie auf alle Arten von Dienstleistungen. Die neue Dienstleistung des Unternehmens ist die Vermietung von Straßenmarkierungsmaschinen. Es ist einfache und schnelle Möglichkeit, Qualitätstechnik für die Arbeit, die Sie benötigen, für den erforderlichen Zeitraum zu mieten. Wenn Sie mieten, erhalten Sie kostenlose Versicherung, kostenlosen Service und Sie zahlen nur für die Dauer der Nutzung. Wir verfügen über 20 hochspezialisierte und hochqualifizierte Teams, die mit der neuesten Technik der Stimmgruppe ausgestattet sind. Brester Straßenbauunternehmen Negation Teil der Unternehmensgruppe Stimme und echte Profis im Straßenbau, Spezialisierung, Durchführung von mechanisierten Erdarbeiten jeglicher Komplexität, Asphaltierung von Straßen, Abfräsen von Asphaltbetonbelegen, Bau von Durchlässen an Straßen, Verbesserung der Territorien, Straßenmarkierung, Herstellung von Asphaltmuschungen aller Art, Herstellung von Beton aller Güteklassen, Informationsunterstützung, Schulungen für Baueinheiten, Unterstützung der Straßenmarkierungsteams bei der Auftragsvergabe für bestimmte Projekte mit beliebigen Bedingungen. Sicherheit im Straßenverkehr ist eine Priorität und Auftrag des Unternehmens. Aufgrund der eigenen Erfahrung bei der Entwicklung komplexer Lösungen für mehr Sicherheit kann Stimm fertige Lösungen mit garantierten Ergebnissen anbieten. Die Spezialisten des Unternehmens verfügen über praktische Hilfsmittel und umfangreiche Erfahrung im Verkehrsmanagement auf Straßenabschnitten jeglicher Komplexität. Audit der Straßenverkehrssicherheit Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung komplexer Programme zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit Verbesserung des Verkehrsmanagements Schulung des Personals in modernen Ansätzen zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit Zum ersten Mal hat Stimm ein Schulungsprogramm für die Straßenmarkierungsbranche eröffnet. Sowohl als Hersteller von Maschinen und Materialien als auch als Anwender dieser Produkte verfügt das Unternehmen über einzigartige Erfahrungen im Bereich der Straßenmarkierung. Der Kurs richtet sich an folgende Berufe Maschinenführer, Kesselbediener, Maschinenbediener, Handwerker und Leiter von Straßenmarkierungsunternehmen Der Kurs umfasst eine theoretische und praktische Ausbildung. ST&M ist daran interessiert, die Zahl der Straßenmarkierungsexperten zu erhöhen, denn für sie arbeiten die Spezialisten des Unternehmens, die hochwertige Materialien und technologisch fortschrittliche Straßenmarkierungsmaschinen herstellen. Stimmt gemeinsam eine sichere Zukunft schaffen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017